Das 15. Amberger Entenrennen auf dem Vils steht bevor. In einer Viertelstunde geht es los, da fallen die Enten ins Wasser. Rund 4000 Stück. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Auch an die über 60 Sponsoren. Jetzt schauen wir mal. Alle Stimpeln. Wir wollen jetzt mal schauen, wo die essen lang sind. Die Sorge und sie lassen sich. Die Sorge und sie lassen sich. Der Vorteil desustaftes. Die Sorge und sie lassen sich. Der Vorteil des Staates auszudecken. Vorab für die letzten Jahre starten in ein paar Sekunden die großen Sponsorenenden. 3, 2, 1, los! Und im Gegensatz zu dir meine ich, die stimmt. 3, 2, 1, los! Und jetzt anfeuern! So wunderschöne Enten sind da unterwegs. Ich bin gespannt. Oh, schau mal, schau mal, vorne. Eine erste Ente setzt sich ab. Ja, ich sehe sie. Ein Kopf von Kopf rennen. Ah, aber das Feld ist doch ziemlich dicht beieinander. Ja, natürlich ist eine Rote vorne. Die erste Ente kommt! Jetzt kommt eine ganze Gruppe. Wir machen mal ein Foto für dich. Wir haben einen Sieger! Herzlichen Glückwunsch! Noch mal an alle Gewinner!